Mit DocuGuide, einem Partner der Deutschen Post, versenden Sie Ihre tägliche Geschäftspost mit nur einem Klick. Klingt unglaublich? Das ist es auch. Und zwar unglaublich einfach. Sie benötigen lediglich den virtuellen Drucker der Deutschen Post. Vollkommen ohne Installation und ohne Stress für Ihre IT. Und schon können Sie aus jedem Programm, aus dem Sie drucken können, mit nur einem Klick Ihre Briefe versenden. Anschließend erledigt DocuGuide das komplette Dokumentenhandling vollautomatisch. Und zwar wirklich das komplette. Nehmen wir zum Beispiel ein klassisches, mittelständisches Unternehmen. Hier fallen täglich die unterschiedlichsten Briefe an. In der Faktura zum Beispiel werden Rechnungen versendet. Einige Kunden hätten diese gerne per Post, andere per E-Mail. Eventuell gibt es Anhänge. Und es wird noch eine Kopie für die Zentralregulierung oder den Steuerberater benötigt. Die Personalabteilung hingegen versendet sensible Gehaltsabrechnungen und Lohnsteuerbescheinigungen. Die Finanzbuchhaltung kümmert sich um Mahnungen und der Empfang um alles, was anfällt. Das können Serienbriefe sein oder auch die tägliche Geschäftspost. Die Anforderungen in den einzelnen Abteilungen sind individuell und vielfältig. Und genauso individuell verarbeitet DocuGuide jeden einzelnen Schriftverkehr. Sie drucken lediglich alle Ihre Dokumente auf dem virtuellen Drucker. Das System erkennt die Dokumente und weist Ihnen den entsprechend zuvor hinterlegten Verarbeitungsprozess zu. So kann zum Beispiel automatisch ein einzelnes Firmenlogo oder der ganze Briefbogen ergänzt werden. Oder es werden wichtige Anlagen beigefügt. Bei Rechnungen können aus den Daten automatisch Zahlscheine und dynamische QR-Codes generiert werden. Verschiedene Sendungen mit derselben Empfängeradresse werden zusammengefasst und nach vereinbarter Vorgabe gebündelt versendet. Die Möglichkeiten sind breit gefächert und die Arbeitserleichterung ist enorm. So erkennt DocuGuide zum Beispiel auch, wenn die Empfängeradresse in Ihrem Brief nicht postkonform eingesetzt wurde. Aber anstatt Sie einfach nur darauf hinzuweisen, korrigiert das System es selbstständig. Jetzt verstehen Sie, wie unglaublich einfach der Versand Ihrer Geschäftspost mit DocuGuide ist. Und das vollkommen unabhängig davon, ob nur von einem Mitarbeiter, aus vielen Abteilungen oder von mehreren Standorten aus Dokumente versendet werden. Und dabei ist jederzeit sichergestellt, dass Mitarbeiter nur die Dokumente sehen, löschen und freigeben können, für die sie auch die Berechtigung haben. Somit ist DocuGuide nicht nur ganz einfach, sondern auch ganz einfach die bestmögliche Lösung für den Versand Ihrer Geschäftspost. Und um Ihnen das zu beweisen, möchten wir Sie mit einer kostenlosen Online-Demo von den Vorteilen des automatisierten Dokumentenmanagements überzeugen. Zusätzlich stellen wir mit einer unverbindlichen Testanbindung sicher, dass die technischen Voraussetzungen für DocuGuide gegeben sind. Darüber hinaus definieren wir gemeinsam mit Ihnen alle für Sie relevanten Verarbeitungs- und Versandprozesse, sodass wir von der Deutschen Post Ihnen auf Wunsch ein individuelles und detailliertes Angebot erstellen können. Damit auch Sie und Ihre Kollegen schon bald mit DocuGuide ganz einfach Ihre Briefe automatisiert versenden.